Hilde Dumin zählt heute zu den bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen. Bei mir ist jetzt im Studio der Literaturwissenschaftler Dr. Anselm Weyer. Er hat sich intensiv mit dem Leben und Schaffen der Hilde Dumin auseinandergesetzt. Schönen guten Tag. Guten Tag. Vielleicht sollten wir erst einmal klären, was es mit dem Namen Dumin überhaupt auf sich hat. Es ist ja weder ihr Mädchennamen gewesen, noch der Name ihres Mannes. Hilde Dumin ist eigentlich eine geborene Löwenstein und ihr Mann hieß Erwin Walter Palm. Und das sie sich dann umbenannt hat, lag auch daran, dass sie nicht unbedingt das wissenschaftliche Renommee ihres Professorengatten antasten wollte, indem sie einfach Lyrik publizierte. Sie hat sich ein Pseudonym gegeben wegen ihres Exilortes, den sie gewählt hat während des Zweiten Weltkrieges. Da war sie in Santo Domingo und dann deswegen Domin für Domingo. Und sie selbst soll es auch Domin ausgesprochen haben. Santo Domingo, die Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Und damit sind wir ja mittendrin im Thema Exil eigentlich. Welche Exilstationen haben Hilde Dumin und ihr Mann im Laufe des Jahrzehnts denn so durchlaufen? Oder der Jahrzehnte durchlaufen? Sogar ein bisschen länger, genau. Also 1932 hat damals noch Hilde Löwenstein eine Hitlerrede gehört. Und dann hat sie gesagt, das hört sich nicht gut für uns an. Und bevor noch die Machtergreifung war, hat sie dann ihrem Lebensgefährten gesagt, der sich mit der römischen Antike beschäftigt hat als Student, wir machen jetzt eine Art Exil auf Probe. Sie hat vorgeschlagen, dass sie nach Italien reisen könnten, um dort erstmal ein Auslandssemester zu machen. Und dieses Auslandssemester ist dann etwas länger geworden als geplant, als dann die Machtergreifung war. Und man schnell herausfand, dass man eben nicht mehr zurück kann. Also es war ein vorauseilender Gehorsam sozusagen, dass sie da schon ausgewandert sind. Dann hatten sie da einige Lebensstationen, unter anderem in Rom. Und dann kam es zum Bündnisschluss von Mussolini und Hitler. Und da konnten sie in Italien auch nicht mehr bleiben. Dann sind sie nach England geflüchtet, wo Hilde Duminns Eltern Zuflucht gesucht hatten. Und von da gab es dann das Gerücht, dass die Nazis auch England überfallen wollten. Und da haben sie gesagt, das wird uns auch hier zu heikel und zu heiß. Und da haben sie sich überlegt, wohin können wir fahren, was sind unsere finanziellen Ressourcen. Und die Dominikanische Republik war damals ein sehr billiges Einwanderungsland. Normalerweise muss man sehr viel Geld hinterlegen. Und da haben sie dann eigentlich den Rest des Zweiten Weltkriegs verbracht. Wir hatten dann noch einige Stationen in Amerika. Und dann über einen Aufenthalt in Spanien sind sie dann wieder zurück nach Deutschland, nach Heidelberg gelangt. Wie hat Hilde Dumin denn dieses immer unterwegs sein und nie zu Hause sein erlebt? Wie spiegelt sich das in ihren Gedichten wieder? Die Heimatlosigkeit ist eigentlich eine von vielen zentralen Aspekten ihres Werkes. Jeder Mensch ist aus dem Paradies vertrieben und der Exilierte ist eben par excellence. Das menschliche Wesen, der eben aus seiner Heimat nochmal vertrieben ist. Und so das menschliche Schicksal stellvertretend nochmal in extremer vorlebt. Sie hat die Heimatlosigkeit wirklich als menschlichen Grundzustand formuliert. Und das ist vielleicht auch dann später ein Grund gewesen, warum sie so gut gelesen werden konnte. Sie hat also nicht ihr Schicksal als vertriebene Jüdin zu Gedichten werden lassen, sondern wirklich dieses Vertriebensein, diese Heimatlosigkeit generell. Spielte Ihre Situation als Jüdin gar nicht so die dominierende Rolle dann in Ihren Gedichten? Als sie ihre ersten Gedichte publiziert hat, da ist sie unter anderem angesprochen worden von Lesern, die gesagt haben, also an ihrer Stelle würde ich das mit dem Jüdisch sein, würde ich das einfach weglassen aus dem Lebenslauf. Das interessiert keinen. Das gibt dann nur falsche Ressentiments. Ihre Gedichte hätte jeder schreiben können. Es gab ja an Vertriebenen zu der Zeit keinen Mangel. Aus den ganzen Ostgebieten kamen ja die ganzen Vertriebenen her. Und ihre Gedichte sind nicht spezifisch auf ihre Verfolgung durch Nationalsozialisten hin formuliert. Also es ist eben schon ein grundlegendes, allgemeineres Thema, was sie formuliert und was nicht unbedingt zu einer Attacke gegen spezielle Nationalsozialisten oder das Dritte Reich geworden ist. Vielen Dank.